Jetzt wird's spannend. Wer von euch beiden kommt bei den Frauen besser an? Drei, zwei, eins. Wer kann da... Ich wollte schon, wer kann da schon Nein sagen, oder? Ich wollte noch nicht mehr sagen, aber das ging nicht. Ey, die Zähne frisch gepflegt, die blauen Augen, das ist ja eigentlich der perfekte Bachelor, oder? Ich wollte nur die Augen machen, aber das ging nicht.